Hallo, heute haben Daisy und ich für euch ein richtig cooles Video, denn ich wollte euch einfach mal ein Update geben, wie sie sich so entwickelt und euch zeigen, zum Beispiel, was sie für Kommandos schon kann und wie sie mit Intelligenzspielzeug umgeht und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit alten Aufnahmen, die ich vor ein paar Wochen gemacht habe. Ich werde euch auch mal einblenden, wie alt sie da war, weil da haben wir Intelligenzspielzeug ausgepackt. Erstmal eins und wie sie sich da so geschlagen hat, das zeige ich euch jetzt. Ja, super, super. Hier, noch mehr? Ja? Ja? Oha? Ja! Ich war mega beeindruckt, weil das Ganze ja gar nicht für Welpen gedacht ist, sondern ja für erwachsene Hunde und das meine ich sogar die Stufe 2 und sie hat es ja super gut gelernt, relativ schnell und ich habe am Anfang ein bisschen geholfen, aber ansonsten war dann schon manches zu einfach, wie diese zwei Hütchen. Die habe ich dann auch später weggelassen, weil die hat sie sofort umgeschmissen. Das war mehr Arbeit für mich als für sie Spaß. Deswegen, ja, aber der Rest ist ziemlich cool, gerade auch mit diesen Klappen und mit dem Schieben. Das macht ihr mega viel Spaß und weil das eben so gut geklappt hat, habe ich dann auch kurz danach sofort noch ein zweites Spiel bestellt und ich werde euch auch beides in die Infocard verlinken. Und wie sie damit so umgegangen ist, das zeige ich euch jetzt. Und wie sie damit so umgegangen ist. Und wie sie damit so umgegangen sind. Bist du noch zu klein dafür? Bist du noch zu klein? Mach mir mal ein Schmuck. Ja? Ja? Jawoll! 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 Ja? Ja? Wie schnell wiedergänger 종re? Jawohl! 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 Das Ganze war ein bisschen komplizierter und schwieriger, vor allen Dingen, weil diese Hütchen, die außenrum waren, sind einfach zu groß und zu schwer gewesen für sie als Welpe. Und entsprechend habe ich die einfach weggelassen und es ging tatsächlich dann einfach nur darum, diese Schubladen rauszuziehen. Und ich musste ihr das am Anfang mal zeigen, weil sie sonst ein Dickkopf ist, der mit dem Kopf durch die Wand geht und einfach nur dagegen stößt, bis halt was rausfällt. Also sie kam schon an ihr Futter ran, aber ich habe ihr dann so gezeigt, dass es eben diese Bändchen gibt, an denen man ziehen kann und das hat sie ziemlich gut gelernt. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch das Ganze mal im Vergleich zu heute, wie schnell sie jetzt damit ist. Super! Super! Ja, fein! Soll ich noch was? Ich bin so unheimlich stolz. Also es muss ja nicht jeder Hund können, aber man erkannt und ich freue mich. Es ist halt einfach auch eine sehr intelligente Rasse, die ja super viel Spaß auch an sowas hat. Da muss ich mir echt noch ein paar mehr Aufgaben überlegen für sie. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt auch mal noch das erste Spielzeug, wie schnell sie damit heutzutage ist. Okay! 's? Ja, bitte. Was ich euch jetzt nicht wirklich gut zeigen kann, ist, wie sie sich entwickelt hat draußen. Sie hat gelernt, was Pfui und was aus ist. Da bin ich so froh, weil sie am Anfang ein unglaublicher Staubsauger war. Sie hat wirklich alles in den Mund genommen, auch Zigarettenstummel und so weiter. Das fand ich total schrecklich. Und das hat sie gelernt. Ich bin so stolz auf sie. Also sie nimmt manchmal noch was in den Mund, aber macht das meiste dann, spuckt sie aus, wenn ich eben aussage. Und bei Pfui lässt sie auch direkt ab. Also mega gut. Was ich euch jetzt aber noch richtig gut demonstrieren kann, sind ihre ganzen Kommandos, die sie gelernt hat. Und es mag jetzt für manche vielleicht relativ viel erscheinen, für manche vielleicht auch wenig, ich weiß es nicht. Es ist aber einfach so, dass ich bei ihr gemerkt habe, dass sie sich super schnell langweilt und mich auch ganz schnell durchschaut. Wo ich am Anfang nur Sitz und Platz ihr beigebracht hatte, hat sie einfach schon gewusst, als nächstes, wenn ich jetzt Sitz mache, muss Platz kommen. Das heißt, sie hat es einfach schon gemacht, bevor ich ihr gesagt habe, dass sie es tun soll. Und dann kann ich sie nicht belohnen, weil ich belohne sie ja nicht dafür, dass sie ihren Kopf durchsetzt. Sie ist einfach wirklich sehr, sehr schlau. Wie gesagt, liegt auch unter anderem an der Rasse. Und deshalb haben wir jetzt, finde ich, ein gutes Maß an Kommandos, die ich unregelmäßig abwechseln kann, sodass sie mich nicht so sehr durchschaut. Und ab und zu gebe ich ihr auch nicht immer was an Leckerchen, weil ich will sie auch nicht überfressen. Wir machen das nämlich relativ häufig am Tag, weil ich dann einfach merke, sie ist ausgelastet. Also wenn sie so hibbelig wird und wir üben, dann ist sie auf einmal total ruhig und total konzentriert. Und es macht einfach uns beiden sehr, sehr viel Spaß. Und wie das dann so zum Beispiel aussehen kann, das zeige ich euch auch jetzt. Ich sage das immer. Aber ja, ich zeige es euch jetzt. Sitz. Platz. Rolle. Jawohl. Sitz. Sitz. Fute. Und Mäckchen. Super. Und Platz. Ein. Fabela. Fabela. Fein gemacht. Fein gemacht. Wie ihr seht, es klappt richtig gut. Und was auch noch richtig gut funktioniert, sind Abrufe draußen im Freien, auch mit Ablenkung. Das heißt auch mit anderen Hunden. Das üben wir ganz, ganz viel. Mit befreundeten Hunden. Man lernt hier einfach sehr, sehr schnell andere Hunde kennen. Und wir sind auch in der Welpengruppe drin. Also quasi Hundeschule. Und wenn ihr noch mehr von Daisy sehen wollt, dann abonniert am besten ihren Instagram-Account. Sie hat nämlich einen eigenen, der heißt sie typisch Daisy. Ich werde euch den auch in der Infobox verlinken. Und hier werde ich euch noch zwei weitere Videos mit Daisy verlinken. Vielleicht sollte ich auch mal eine Playlist machen. Falls ihr noch weitere Ideen habt, was wir mal zusammen drehen können, dann schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.